Willkommen zurück zu Thailand, liebe Leute! Im letzten Part haben wir Äpfel, Hühner, ach wir haben alles! Wir haben ja alles. Wir, wir, wir haben Äh, 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 Äpfelbäume, wir haben, äh, wir haben, ach, ich weiß gar nicht, was wir alles haben. Wir haben eine richtig schöne Farm uns aufgebaut und, ähm... Und jetzt, ja, lassen wir die nochmal ganz kurz hier landen, ähm... Da haben wir jetzt auch Hühner und so, ne? Also von dem her, pfff! Eier, Hühner, ach wir haben alles. Wo ist er, wo ist er, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite ist er. Ich habe momentan keine weiteren Aufträge. Ach man, was soll denn das? Warum hast du denn keine Aufträge? Was soll denn das, hä? Und das ist Hühnerfutter, das nehme ich natürlich gerne mit. Na, Faden kann ich auch mal nehmen, komm. Ist einfacher, das dann auszubauen. Mein Feld. Weil das ist nämlich so Ziel, als nächstes mein Feld auszubauen. Ich weiß gar nicht, wie viel mir da noch fehlt. Ausbessern, Stroh und Stoff, okay. Ah, jetzt schläft das Küken. Mann, jetzt darf ich es nicht füttern. Stroh 2. Und ein Stoff. Dann ist das da nämlich auch ausgebessert. Dann haben wir nämlich das alles schon auf höchster Stufe. Und das, finde ich, ist schon mal wichtig. Umso mehr Ressourcen bekommen wir raus. So. Das war ein normaler Stein. Normaler Pilz. Ja, die Küken, die schlafen wieder alle. Stimmt, wir haben beim letzten Mal auch, äh, Dings da hier, das hier aufgebessert. Kristallgestein und Silber. Ich habe erst ein Silber. Hier haben wir Apfelbäume. Ne, wir brauchen noch nichts schneiden. Ja, doch, hier die. Halt, ne. Die lassen Eicheln fallen. Seit wann das denn? Das finde ich natürlich praktisch. Oh, die ersten Äpfel sind auch... Oh, die ersten Eicheln sind auch da. Oh Mann. Oh Mann. Der erste Apfel. Da ist auch wieder ein Apfel fertig. Ach so, ich muss essen. Essen, 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 essen. Ah, ich habe gar nichts Großartiges da zum Essen, ne? Da muss ich dann wohl endlich mal hier ein bisschen was kochen. Öl kann ich jetzt herstellen. Wie viel? Zehn Öle. Okay, stellen wir mal her. Äh, fünf Öle. Brot. Kann ich fünf Stück herstellen? Croissant. Na, ha, ha, ha. Dann stellen wir lieber die fünf Brote her. Oh. Oh. Ich darf endlich meine einen Pilzsuppe herstellen. Yeah. Wird immer Zeit. Ich kann fünf Brote... Fünf Sandwiches herstellen. Ich glaube, das mache ich auch mal, weil ich glaube, von dem werde ich richtig, richtig satt. So. Fünfzig. Fünfzig. Gesundheit, vierzig. Na, egal. Essen wir jetzt erstmal eins. Damit sind wir erstmal wieder safe. Und wir pflanzen wieder einen Kürbis. Und dann höre ich gerade, es regnet. Ja. Jawohl, ja. Da ist ja noch eine Wolke, die regnet. So muss das. Wo ist der nächste Ring? Da. Tut mir leid, liebe Küken, wenn ich euch wach gemacht habe. So, langsam das Ganze angehen. Weil so viel habe ich nicht. Feinde sind in der Nähe. Okay, wo seid ihr da? Ah. Zwei Stück an der Zahl. Ah, den Pilz nehme ich auch noch mit. So. Das Huhn hat mich abgelenkt. Blödes Huhn. Und ich habe Larven bekommen? Ernsthaft? Schneiden. Schneiden. Schieben. Wieder zwei Äpfel. Mal schön gucken, ob ich irgendwo was schieben kann. Schneiden. Schieben. Schieben. Moment, schieben. Schieben. Immer her. Hier ist auch noch ein Baum, den ich schieben kann. Oh, aber du hast doch der Baumwolle fertig. Ja, da will ich ja jetzt auch hin. Und wieder Baumwolle anpflanzen. Fünf Stück bekomme ich raus. Das finde ich immer richtig gut. So, dann gucken wir hier mal bei den Bäumen, ob wir hier irgendwas haben zum schneiden, schneiden, schneiden. Nichts zum schieben. Schade. Schade, schade, schade. Ich habe kein Feuerholz mehr? Ernsthaft? Ich habe kein Feuerholz mehr. Na dann. Dann machen wir dich mal kaputt. Nein, nicht, nicht, nicht zerstören. Mann. So, komm, ich habe deinen Auftrag erfüllt. Wilde Hühner. Das kann nur eins bedeuten. Frische Eier. Es ist so schwer in diesem Universum leckere Eier zu finden. Und du hast die direkt hier vor deiner Nase. Wie bekomme ich ein Ei? Du musst dich nur mit Samenkörnern füttern, damit sie dick und rund werden. Und am Ende legen sie dann schöne große Eier. Hol ein Ei für Bram. Habe ich. Es hat einige Zeit gedauert, aber ich habe jetzt ein frisches Ei. So ein kleines, schwer zu finden ist Wunder. Es ist so gut, ich könnte es roh essen. Hm. Uah. Zuckerei. So. Kaufen. Aber er sagt es schon. Man bräuchte dafür... Ach, das hat er gar nicht. Schade. Hat er gar nicht. Ja, Bram, dann kannst du wieder abhauen. Ich brauche dich da nicht mehr. Ja. Nein. Einmal Platz machen. Apfel sammeln. Apfel sammeln. Ich glaube, die fallen auch von selbst runter, kann das sein. Deswegen kriege ich das manchmal gar nicht mit, wenn da welche sind. Halt. Ach, Schaf brauche ich noch. Okay. Jetzt nochmal wieder ein Pilz. Schneiden, 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 schneiden. Nö, nix. Und denen kann ich jetzt gerade nichts zu essen geben, weil ich habe ja nicht mehr so viel von diesen Sachen. Wie viel habe ich denn noch? Zwei. Das heißt, es würde sogar Sinn machen, eher noch ein paar Pinien zu pflanzen. Und dann erstmal Pinien-Samen wieder einzusammeln. Hatte ich jetzt eigentlich die bessere Angel gebaut? Weiß die ich jetzt gar nicht. Ah, nö, dazu führte mir ein Faden. So, jetzt habe ich eine bessere Angel. Was bringt mir jetzt die bessere Angel? Schauen wir doch einfach mal. Angeln gehen. Akzeptieren. B. A. Ein Aal. Also ich glaube, das ist jetzt langsamer. Noch ein Aal. A für Aal oder was? Aber mit dem Aal kann ich noch nichts kochen, ne? Ah, hey, ich kann ein Spiegelein kochen. Ach, ich brauche Öl dafür. War ja klar. Ach, wenn man davon spricht, ne? Ich bekomme fünf Stück raus. Das ist echt feine wieder in der Nähe. Mann. Ne, ne? Weil mir sind so ungünstig platziert, dass ich das nicht sammeln kann. Was bist du für ein komischer Feind? Ein Pilz. Schieben. Da ist er. Was kriege ich von dem? Pilze, ne? Super. Also wenn ich irgendeine Pilzlotte brauche, einfach den Gegner da verhoffen, dass der auftaucht und dann hat man Glück. So. Schieben. Alles, was ich jetzt hier schieben kann, ist wichtig. Nein. Mann. So. Noch irgendwas zum Schieben, 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 Schieben. Oh, die Milch ist fertig. Oh, ich brauche Stroh. Okay. Stroh ist kein Ding. Einmal Stroh kommt sofort für das Schaf. Und eine Nutzpflanze ist auch schon wieder fertig. Ah, er will es auch nicht automatisch ausbauen, sondern er sagt dann gleich automatisch ernten. Das ist schön. So, das heißt, da ich, dass ich das alles ausgebaut habe, kann ich mich jetzt hier weiter um sowas wie Weizen kümmern. Ist nicht die richtige Jahres... Ah! Dann Mais. Dann nehmen wir halt Mais. Hast du eine neue Aufgabe für mich? Willst du das tun? Mach mir Platz. Marco, ich muss auf dein Landnot landen. Geht es dir gut? Ja, aber es war eine harte Luftschlacht gegen die Piraten. Fast hätte ich sie erwischt. Aber im letzten Moment wurde mein Deck von einer Kanone getroffen. Also musste ich mich zurückziehen. Hilfst du mir, das Raumschiff zu reparieren? Natürlich. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich brauche nur drei Metallplatten, um es zu reparieren. Ich habe erst eines. Also, Metallfarm. Wenn du Vorschlag hast, wie ich das schneller hinkriege, liebe Mun, dann wäre ich sehr froh, ne? Weil das Ding ist, sie kann ja jetzt auch nicht weg, ne? Und solange sie da ist, kann halt kein anderer landen. Ah, fertig. Mun, Mun, Mun. Hier, bitteschön. Danke, gib mir etwas Zeit, dann kann ich wieder abheben. Ähm, gib mir etwas Zeit. Zack, weg ist sie. Äh, ja, ne, ist klar. Ist klar, Mun. Ist klar. Nein, nicht, nein. Ach, Mann. Warum haben sie da nicht Hacken oder sowas genommen? Warum muss es immer dieses Schieben und Schneiden sein? Ach. Oder Schütteln. So, ein bisschen runter. Danke. Ja, Samen aus einer anderen Welt. Bla, bla, bla. Das ist eh schon welche, die ich habe. Diese kleinen Steine können weg. Liegen eh nur im Weg rum. So. Hm. Ah. Ich glaube, einen Baum muss ich hier wegmachen. Weil ich sonst nämlich nicht überall rankomme. Es war ein bisschen dumm von mir, das so zu machen. So. Gut, aber soweit sieht das in Ordnung aus. Mais brauche ich noch ein bisschen. Das brauche ich auch noch ein bisschen. Nein, nicht. Ah. Das ist immer wieder blöd. Gießen. Ja, gießen wir das hier, komm. Und die Sonnenblumen gießen wir auch. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Der Rest sieht eigentlich soweit in Ordnung aus. Ich habe gehört, dass gerade irgendwo was gewachsen. Ich muss nur noch herausfinden, wo es war. Da, 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 da. Da sind wieder welche dran. Ist ja nicht so, dass ich davon was ich brauche, ne? Oh. Wunderbar, Regen. Immer her damit. Wieso hast du mir jetzt mein Feuer ausgemacht? Was soll denn das? Na gut, jetzt hätte ich es spätestens ausgemacht, ja. Ja, schön. So muss das sein, ja. So, nochmal gießen. Die waren fertig. Was soll ich? Soll nicht verschwinden. Ah, das kann ich nicht... Hm, da muss ich den Baum auch wegschneiden. Weil das bringt mich ja nicht weiter, wenn das jedes Mal da drauf landet und ich dann mich einfach nur ärgere. Ich bin erschöpft, ja gut, dann werde ich am nächsten Tag, ähm, ähm, ich muss mal ganz kurz hier meine Sachen retten. Das waren sogar drei. Dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Tag wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trochotrein. Tschö, tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.